Du wirst mir zustimmen, dass ein Haus aus der Gründerzeit eine ganz andere Wirkung hat als beispielsweise ein kommunistischer Plattenbau. Oder nehmen wir das Küffhäuser-Denkmal verglichen mit dem Schmutz, den man da heute so im öffentlichen Raum vorfindet. Das ist ein durchaus großes Thema, wenn du drüber nachdenkst, denn Design ist nun mal, wie wir gesehen haben, ein Mittel, um gesundes oder eben krankes zu verkörpern. Ich zeige dir zum Abschluss mal einen kurzen Beitrag des renommierten Soziobiologen Edward Dutton, in dem er das Thema Architektur ein klein bisschen exzentrisch betrachtet. Danke fürs Zusehen, liken und kommentieren. Ciao, ciao! Ja, was wir hier sind, ist ugliness auf der Landschaft. Ich bin sehr interessiert, für ein sehr lange Zeit, in die Geschichte von Architektur in Western Ländern. Und imagine mein Schock, was ich habe, das Bildungsstück wird uglier und uglier und uglier, um die Tag. Aber was ich noch nicht, ist die Science, warum es so ist, dass Modern Architektur ist so ugly. Und es ist die Science, das sehr wichtig ist, und deshalb ist es die Science, das ich heute bin, um heute zu schauen. Warum ist es, dass Modern Architektur ist unglaublich, warum ist es, in particular, dass es eine Left-Wing War on Beauty war on Beauty war on Beauty. Warum ist es, dass die Leften auf so viele Gebäude zu setzen, um so viele Gebäude zu tun, dass sie so bloody hideous sind. Was particularly fasciniert mich, of course, ist die Biologie von es. Was es sagt, was es über Human Evolution, was es sagt, wo wir gehen, dass wir so viele Gebäude zu setzen, und warum, in particular, post-1945, wir stoppen, dass wir interessiert in Beauty, stoppen, dass wir interessiert in Beauty, und stattdessen, um uns zu setzen, um uns zu setzen, bei absoluten, bloody Hideousness. Folk 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 cr